Jetzt ist es soweit. Heute ist der Kurs draußen endlich. Nutrition now. Jetzt starten mit der Ernährung, mit der Entgiftung und Reinigung des Körpers und in ein wirklich neues Lebensgefühl kommen. Wieder erblühen, wieder diese Leichtigkeit spüren. Vielleicht kennst du das sonst oft in dieses Alltags Härte und Tiefe und Strenge rein und dann tauchen immer mehr Ängste auf und Druck. In dem Kurs möchte ich dir wieder in 10 Wochen wirklich zweieinhalb Monate dahin verhelfen, dass du wieder zu diesem Gefühl kommst, dass du das wieder selber erfahren kannst, dass du deinen Körper wieder spüren kannst, dass du den Körper danach weiter Schritt für Schritt reinigen kannst und wirklich wieder in dieses Sein reinkommst, ins Leben, ins Leben wieder spürst du. Schaut euch doch das mal an. Das ist so genial. Und das wünsche ich dir einfach und das wünsche ich jedem, ey. Wieder diese Ruhe und Kraft zu spüren. Also wenn das was für dich ist, Link ist neben dem Video oben oder unten. Klick einfach drauf und dann würde ich mich freuen, dich in den 10 Wochen zu begleiten. Mach's gut. Ciao.